Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Hardcore Beim letzten Mal waren wir hier auf Höhentouren Haben schon 10 Diamanten hier von 18 Stück brauchen wir Und wir machen jetzt in dieser Folge auch schon weiter Ob wir die 18 Diamanten zusammen kriegen werden Das weiß ich noch nicht Das lässt sich erst jetzt herausstellen in dieser Folge Ja ich hoffe mal ihr seid mit dabei Und ich hoffe mal ihr drückt mir auch die Daumen Dass ich auch die erforderte Anzahl an Diamanten finde Weil wie gesagt, wie schon oft erwähnt Will ich mir eine Diamantrüstung kraften und einen Verzauberungstisch Und ohne Diamanten geht das schlecht Ja einige Diamanten haben wir ja schon zu Hause Aber die reichen halt nicht Und deswegen sind wir halt jetzt hier auf Höhentour Um dann die restlichen Diamanten zu finden Hier waren schon ein paar kleinen Höhlen drin Aber diese Höhlen stellten sich nur als Sackkasse heraus Und darum sind wir hier immer noch auf Strap Mining Tour Ich mache hier jetzt auch immer diese Seitengänge Sag ich mal hier rein Aus dem folgenden Grund Und da per Zufall ich schon zweimal da Diamanten gefunden habe Als ich nur einfach mal nach links oder rechts Gekraben habe und plötzlich waren da Diamanten Und darum grabe ich jetzt auch in die anderen Seiten So ist da jetzt Sind da jemanden? Nein Nein Okay weiter geht es Diese Spitzhacke ist jetzt hier auch schon fast kaputt Aber es ist ja nicht so schlimm Wir haben hier noch eine Eisene Ja eine Eisenspitzhacke noch hier auf Vorrat Und sonst haben wir sowieso noch ein kleines bisschen Eisen Und Eisenerz ist auch noch da Also an Spitzhacken wird es nicht mangeln So dann weiter geht es So da ist die Spitzhacke kaputt Eine Menge Koppel haben wir jetzt hier auch schon Den Koppel können wir auch sehr sehr gut gebrauchen zu Hause Aber ich denke mal ich werde aber trotzdem noch ein bisschen was dann immer mal wegschmeißen Wenn ich irgendwie was anderes brauche Was anderes wertvolles Wenn ich was anderes finde Oh so weiter Und so fort Ja aber so an sich ist das schon mal eine sehr sehr gute Ausbeute So ich werde hier auch mal eine Fakke hinsetzen Damit wir wieder hier was sehen können Und ich höre so So ein bisschen Lava Ist nicht ganz in der Nähe Aber auch nicht ganz weit entfernt So jetzt ist zwar schon unser Inventar voll Aber hier den Kis Den tue ich trotzdem mal weg Weil mir ist Koppel lieber als Kies Und Kies kann man immer mal so ein bisschen sammeln Wenn wir Fettchen brauchen So die Lava Da sind Diamanten Da sind Diamanten So hier mal durch Aber jetzt aufpassen wegen der Lava Weil wir hören die Lava Und wäre doof wenn wir dann jetzt sterben Dann ist nicht nur die Höhenturm sonst Sondern das ganze Let's Play Kann man so sagen So jetzt haben wir 16 Diamanten Zwei Stück brauchen wir noch Das bedeutet Eine Diamantrüstung könnten wir uns jetzt so schon herstellen Aber noch keinen Verzauberungstisch Ist ja jetzt auch nicht so schlimm Dann kramen wir hier noch ein bisschen weiter Eins, zwei, drei Und hier So dann hier zur Seite Keine Diamanten Hier zur Seite Natürlich Keine Diamanten Aber eine kleine Höhle Daher kommt auch Die Lava-Geräusche Hier auffassen Dass hier keine Mops sind Dann schaue ich mal hier diese Dieser kleinen Tunnel Hier mal an Aber es geht hier nach oben Nach oben ist eher Suboptimal Ja da Ich Nicht nach oben möchte Ich möchte auf Diamant-Level bleiben Darum Geht es jetzt hier wieder weiter Hier wieder zur Seite Und so weiter Und so fort Zwei Diamanten noch Wenn wir diese zwei Diamanten Evern haben Dann geht es wieder zurück Und ja Dann werden wir Eine Diamantrüstung herstellen Und auch Eine Diamant Ne Diamant Ich meinte Verzauberungstisch Aber dazu brauchen wir ja noch Obsidian Darum werde ich jetzt hier mal Den Wassereimer einsetzen Und werde mal ein bisschen Obsidian farmen Hier An der Sieg kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen Dann tue ich mal dorthin Wenn ich hier einen Talplatz frei habe Da ist zwar noch ein bisschen Lava Aber ich schaue erstmal ob hier drunter irgendwie Lava ist Nein Okay Kann ich da wieder ein Copy hin tun Und dann hier Die Diamantenspitze Die habe ich ja extra mitgenommen Damit wir uns auch noch ein bisschen Obsidian holen können Vier Stück Eines Tages bräuchten wir noch ein bisschen mehr Obsidian Wenn wir dann zum Neter gehen möchten Aber dazu bin ich noch nicht bereit Check mal bevor wir den End nicht Komplett Also den End Den Hier Den Drachen Nicht besiegt haben Möchte ich nicht Ins Neter gehen Also möchte ich nicht vorher ins Neter gehen So Da haben wir jetzt schon die Vier Obsidian gleich So fast Gleich So Vier Obsidian Weiter geht es Im Text So Eins Zwei Drei Dann hier wieder Komm Zwei Diamanten Da ist ein bisschen Kies Schön vom Kies Ne Kies kann ich nicht bauen So Und da Auch keine Diamanten Na klasse Na klasse So Ich mach dann mal hier wieder eine Fackeln Da fackel ich nicht lange Ja Ich bringe diesen Ich sag mal Witz Viel zu oft Der ist gar nicht mehr lustig Aber ist mir egal So Hast so viel Anisidiorit Und so Das ganze da Diamanten Diamanten Ich schau trotzdem mal zur anderen Richtung Vielleicht sind da auch nochmal Diamanten Wer weiß Das Das lohnt sich hier Zur Seite Kram Mindestens Drei Stück Mindestens drei Stück Wir gehen gleich nach Hause Du kannst nach Hause gehen Du kannst nach Hause gehen Aber wie ging das Lied Keine Ahnung So Wir haben jetzt Einundzwanzig Diamanten Das reicht Komplett Jetzt geht es Nach Hause Ja Ah Einundzwanzig Diamanten Jetzt bloß nicht sterben Das wäre jetzt Sowas von Bitter Also richtig bitter Ja ich gehe jetzt auch den Weg zurück Wie wir gekommen sind Weil Hat keinen Zweck Wenn ich mich hier jetzt hochgrabe Und ich nicht weiß Wo ich bin Dann orientiere ich mich lieber hier An diesem Weg hier Stimmt da kommt ja jetzt noch so eine kleine Andere Höhle Wo wir anfangs reingegangen sind Muss ich mich jetzt auch erstmal orientieren Ich glaube mal wir kommen von hier Kamen wir Oder kamen wir nicht Nein Doch 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 Da ist die Lava Und hier ist der Gang Genau Hier geht es jetzt zurück Erstmal zur Anfangshöhle Wo wir reingegangen sind Und dann geht es nach Hause Wir haben ja auch so Am Anfang an der Oberfläche Ein paar Fackeln gesetzt So dass wir auf jeden Fall nach Hause finden Und ich Sollte mich sowieso orientieren können Weil in der Nähe Wenn wir hochkommen Ist ja das NPC Dorf Erstmal sollten wir glaube An einen Hügel rauskommen Den Hügel hoch Dann sehen wir das NPC Dorf Und dann Richtung NPC Dorf Vorbeilaufen Am Planes Biom vorbei Und dann Sind wir auch schon zu Hause So hier haben wir ein Brot essen Woh, woh, woh Vorhin geht es jetzt hier So eine kleine Lecks Okay So Ja genau Hier unten sind wir Da unten sind wir Hier haben wir ja Irgendwo hier die Aufnahme Aufnahme gestartet Hier vorne oder so wartet Dann geht es glaube ich Hier jetzt so hoch Ich hoffe mal Dass es jetzt auch Tag ist Wenn es Nacht ist Dann müssen wir halt Jetzt nochmal ein bisschen warten Bis es halt Tag wird So Hier Schön vor Da geht es nicht hoch Da geht es auch nicht lang Ne hier sind wir Ach da sind wir richtig Da sind wir richtig So Fast da Fast da Ja da geht es schon mal hoch Da werde ich ruhig mal ein bisschen Kabel nehmen Schauen ob hier nichts ist Und hier mal mich hoch bauen Äh So Wir sind fast da Es ist aber gerade Nacht Shit Es ist gerade Nacht Was machen wir Wir bleiben hier Wir bleiben hier Und zücken das Schild Sozusagen Aber ich will hier kein Optifine Verwenden Ich möchte hier kein Optifine Verwenden Müssen wir halt jetzt warten Bis es Tag ist Ich weiß nicht wie lange es Jetzt schon Nacht ist Kann sein dass es gerade Nacht Dass es gerade Nacht wurde Es kann sein dass Gleich Tag wird Wer weiß Müssen wir einfach jetzt mal ein bisschen warten Ist zwar ein bisschen gefährlich Hier bei den dunklen Gängen Also da kann jederzeit ein Mob kommen Aber wenn hier Eine Hexe oder so kommt Dann haue ich einfach hier ab Oder wenn ein Zombie kommt Dann kämpfe ich mal gegen ein Zombie Ich höre schon ein Zombie Darum muss einer sein Ach da oben ist einer In der Oberfläche Ja der kommt hier nicht runter Doch der kommt hier runter Aber er kommt nicht zu mir Er hat Angst Oder halt auch nicht Er kommt zu mir Er kommt zu mir Versteckt euch Leider nicht Ich bin ein Zombie Ach da Das ist sehr sehr schön So Was passiert Ist da hinten irgendwas Ne das sind nur Blöcke Naja das ist ein Schatten von Block Irgendwie so Sieht ihm so verdächtig aus Ja und noch ein Zombie Da ist ein Stern Und ein Creeper Ich bin vom Creeper Ja wir sollten eigentlich dort den Mond sehen Genau Weil der Stern ist in diese Richtung Da eben drunter gegangen Oh nein 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 Ich hatte eben so ein bisschen Ich war so ein bisschen eben angespannt Da ist der Mond Da ist der Mond Wir können gleich rausgehen Wir haben halt Zombie mit einer Goldrüstung Ist nicht gerade ohne Wir können gleich rausgehen Aber ich will nicht zu freilich sein Gerade wenn dann die Mobs Verstellen Die ich dann aber erst im End verwende Ja habe ich ja schon alles gesagt Wir haben ja schon Der Mann später hergestellt Und auch noch extra im Bogen Alles nur fürs End Das muss dann noch alles verzaubert werden Wenn wir die Materie Wenn wir dann die Bücherregale dafür haben Den Zaubertisch dafür Das kommt noch alles So da hinten ist eine Federmaus Und es wird so langsam Tag Ich kann mich so langsam nach draußen bewegen So langsam Ich habe eine Federmaus Sonst weiter nichts Aber wir müssen bedenken Dort vorne war vorhin ein Creeper Ein Skeletor Ich glaube Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Allöchen Ich hau mal ab Ich hau mal ab Wo geht es hier nach Hause Ich hau ab Ich hau ab Ich hau ab Dort sollte das zu Hause sein Das war ein Skeletz Ein Zombie Ein Tintenfisch Tintenfisch Tintenfische sind mir am liebsten Die machen nichts Sind ganz lieb im Wasser So da ist das NPC-Dorf Und in diese Richtung Geht es nach Hause Da ist auch schon die Sonne Wow Die konnte Die habe ich kaum gesehen Solches Gras Ich mache mal hier einen kleinen Umweg Einen kleinen aber feinen Weil ich möchte nicht in die Arme der Creeper laufen Sie begrüßen mich zwar schon mit offenen Armen Aber ja Dann halten sie mich fest und explodieren dann Mit mich in den Armen Das ist nicht so toll Gar nicht toll So Da hinten ist dann auch schon Fast das Haus Gleich angekommen Denke ich Hoffe ich Keine Ahnung Doch eigentlich schon So Ja da hinten sind schon die ersten Bäume Und gleich so Ja da ist jetzt auch das Haus Da ist das Haus Dann machen wir uns als erstes Eine Diamantrüstung Ne nicht ganz als erstes Erstmal möchte ich Das ganze Eisen Was ich habe In den Ofen tun Damit das erstmal durchbrennen kann Während ich die Diamantrüstung herstelle Sieh Äh Äh Hier Zaubertisch kann ich ja eigentlich auch schon mal herstellen Ja das mache ich dann auch mal So Zuhause ankommen Zuhause ist es doch am besten So Da mal das Eisenherz rein Und dann geht es mal nach oben Die restlichen Diamanten Die ich hier noch habe Rausholen Und sowieso mal hier ein bisschen Zeugs ablegen Mir jetzt den ganzen Koppel Ähm Ist das nicht so? Doch so geht es Ja da gibt es so einen tollen Trick Den ich herausgefunden habe So Dann hier da Und da Hier ein bisschen Erde kann hier auch noch rein So Lapislazuli 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 Kommt hier unter Erze Ne Redstone nicht Redstone nicht Hier Eisen Äh Mobdrop Kommt hier Knochen rein Dann hier Redstone 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 da Obsidian Kommt Ne Obsidian Lass ich im Inventar Weil ich Gleich auch den Zappertisch herstellen möchte So Und dann hier Die restlichen Diamanten Acht Stück haben wir da Und dann Mal hier Eine schöne Diamantrüstung Herstellen Diamantbeinschutz Diamanthelm Diamant Schuhe Diamantbrostpanzer So Dann kann ich jetzt hier auch mal zur To-Do Liste Wechseln So Da ist die To-Do Liste Und nun können wir hier Hier Das Häkchen Rein machen Ähm Wo ist es? Wo ist es? Da Diamantrüstung ist hergestellt Der nächste Punkt Der nächste Punkt den wir erfüllen möchten Ist Waffen und Rüstung verzaubern Dann brauchen wir noch Änder Augen Das machen wir aus Änder Perlen Und Änder Staub Ne Lohnstaub Und dann in Ändfen Und Änder Dorn besiegen Ja Dann kann die To-Do Liste auch wieder weg Und ja Dann machen wir jetzt Ich baue noch ein paar Bücher Ich baue noch ein paar Bücher Hier habe ich Bücher Brauche ich Wie Bücher brauche ich? Zwei? Eins? Eins glaube ich Eins Ja genau Ein Buch brauche ich So Dann hier Und da Und da Ein Zaubertisch So dann kommen da die Diamanten Wieder rein Und die Rüstung tue ich hier an die Truhe Ähm Doch Diese Truhe Hier unten hin Weil da ist ja schon der Bogen Und das Diamantschwert Für den End So Zaubertisch tue ich auch mal hier rein Weil ich es kann Und hier das Schild auch Brauche ich jetzt nicht So Genau Dann werde ich jetzt nochmal das Zuckerrohr abfahren Weil das nächste Bauprojekt wird dann die Bibliothek sein Wer hat jetzt denke ich mal wirklich eine Bibliothek machen? Glaube ich Keine Ahnung Sicher bin ich mir auch mal noch nicht Aber im nächsten Part werde ich mir dann sicher sein Hoffe ich zumindest Dann werden wir mal weiter So Dann hier Das ganze Bambus hier noch Wohl Zuckerrohr meinte ich Kann man auch als Bambus sehen Ich nenne es gerne Bambus Eigentlich Zuckerrohr Naja So Ein Stack und 17 Stück Das sieht doch schon mal sehr sehr schön aus Wie weit ist denn das Feld eigentlich? Wie weit ist das Feld? Ja so ein kleines bisschen schon gewachsen Weil es dauert noch bis wir es abfarmen können Wir haben ja noch Eben noch 32 Äh 42 Brote Da dauert es noch bis wir das ganze Benötigen Genau Und ja dann gehe ich jetzt auch wieder In meine kleine Aufnahmepause rein Dann geht es am Dienstag 18 Uhr weiter Im nächsten Part Bis dahin Ich spaß dich noch Und Ciao Ciao